und willkommen zu meinem let's play part heute von let's play super mario merker 2 ich freue mich auf jeden fall darauf und ich hoffe auch ihr ich habe ein bisschen beruhigt nämlich auf der couch oder auf dem sofa bin ich ein bisschen gerade gemütlich gemacht und habe ich mir so gedacht komm heute muss noch auf jeden fall eine schöne super mario merker 2 folge hergekommen werden die kann ja auch einfach nur so schön werden und deswegen versuche ich mir auch einfach jetzt müssen wir euch noch eine neue folge hochladen werden von super mario merker 2 zumindest diesen fahrt nicht gerade vorab hier aufzunehmen es kann sein dass heute abend noch eine neue folge hochladen oder dass heute abend noch eine folge hoch kommt wir sehen mein lieben aber okay kein problem ja ohne weiteres gelaber jetzt einfach weiter gehen einfach weiter spaß haben mit den leuten super mario merker 2 weil es ist ja auch das aktuellste internet switch spiel weil es ja auch sehr beliebt ist bis jetzt bei allen verschiedenen lernen oder auch kanälen die hat auch gespielt wollen diese sind total begeistert habe ich das gefühl hat so viele sind begeistert geworden und deswegen auch als dieses krass egal spielen die leute ist einfach nur ja sagen nicht einfach haben und ich freue mich heute ist nämlich ein level die wir also ein level das war zu spielen werden ein level bauen dass wenn wir auf jeden fall auch machen die leute genau und ich hoffe auch darauf ich würde mich auch freuen wenn ihr heute dabei sein könnte auch und auch dabei sein könnt und auch dabei weisen könnte dass sie dabei sein können dann könnt ihr auch mal gerne schreiben irgendwo hier oder auch von ihr angefangen habt zu gucken okay das vergessen ja können wir gar nicht machen zu kürchen ich habe ich kann verdrücken lieben alles gut kein problem wir möchten selbstständig heute spiele natürlich leben genau ist alles in ordnung ich habe nämlich gerade verdrücken ich habe nämlich gerade irgendwie nicht in die kuh gerade richtig wie auch immer es kann leben und heute möchte mit euch das ich würde sagen dass weil ich glaube ich bin dass der war letztes mal ja nicht ganz gespielt habe aber halt gebaut haben auf jeden fall es haben auf immer gebaut und ich versuche heute haben auch noch mal ganz kurz zumindest ich versuche heute noch ein neues level zu bauen heute abend also komm mal jetzt hier und mache es einfach kinder hier und dann nur auf einmal auf kommen vielen dank nein die bauern auch wenn es geht auch nicht ja vielen dank dass man nicht mal wieder sagt soll ich das machen kann was ich will dankeschön ja ich will ich will einfach etwas machen dass ich heute egal kommt noch einfach jetzt hier und ich habe einfach nur spaß und das auch gut so also das wäre ja auch schon gespielt der challenge aber heute wenn wir es hoffentlich ganz durch spielen wenn es geht zumindest ja wenn ich frage was ich alles gemacht habe ich habe nämlich das weitere level ich habe das halt euch zusammen gebaut nicht ganz zu ende habe ich halt mit euch gebaut ich habe nämlich ich habe mir ja nämlich dann so am ende gedacht kommen der rest des levels kann ich auch ohne kamera machen und ich habe auch echt die die gut gehabt die die war auch krass meiner Meinung nach und dann kann mir die idee kommen die westen wenn ich einfach die richtige sache hier einfach alleine machen okay komm nur jetzt in ruhe machen und konzentration ist konzentration ist geht lieben okay kein problem kein problem kein problem lieben ist alles gut doch los geht's ja und wie man sieht habe ich auch die entweder die mucke von super mario finde ich eingebaut die gefällt mir auch sehr gut in dem leute ist auch wenn ich mich ein bisschen verrückt macht gerade aber ich versuche gerade in dem tempo es euch zu erklären nicht wie folgt machen lassen von der musik auch wenn sie so schnell sich gerade hier halt vorblick oder wenn sie halt sich gerade sehr schnell hier an der ich finde ich halt auch sehr tat aber ich versuche gerade diese geschwindigkeit zu sprechen wie ich sie auch möchte nicht wenn ich die nicht wenn ich jetzt die musik höre heißt nicht dass ich hier so schnell werde mit der sprechung der sprache okay wie gesagt gerade leben ich habe gerade versucht egal kein problem ja ich versuche gerade euch die selbe zu machen ich hoffe ich habe es auch ende des levels auf jeden fall auch wir sehen auf jeden fall ich würde mich wirklich freuen wenn ich es schaffen würde bis ende des levels zu schaffen wir sehen aber ob es ihm erschaffen ich weiß dass er noch nicht ob es schafft aber wir sehen mal lieben und dann ja gucken ob es auch bis zum ende schaffen ich hätte auf jeden fall bock drauf wir lieben einmal nach und wir sehen mal ob es auch bis zum ende schaffen und jetzt mal ohne fälle es geht genau vielen dank also schwer hat ungefähr jetzt würde ich sagen einem unter anderhalf ungefähr spielzeit ihr lieben oder auch halt ein bauteil gehabt also war okay nicht so lange wie jetzt andere level ja cool auf immer cool ja und jetzt ja man merkt auch ja wie viel müde ich mir gegeben hier man merkt auch wie müde ich mir gegeben habe nämlich ganz viele verschiedene tieren mühe hier habe ich halt wirklich rein gebaut und unten sieht man war der junior und jetzt muss ich ganz schnell laufen wieso geht ihr lieben aber das ist halt nicht so einfach ihr lieben doch ich glaube ich habe das ist doch auch was verkackt bei diesem level ach egal kommen kein problem ist alles gut baby ist alles in ordnung auch wenn das level verkackt ist ich habe es noch nicht verkackt alles gut ist genau genau ok ich habe verkackt ich glaube ich würde das levelys nochmal von vorne machen ich glaube ich bin nie zufrieden mit weil ich glaube die stein blöcke darf die dürften nicht von unten unter unterfallen das ist halt bisschen dumm wenn ihr unten fallen kann doch deswegen also ist ein bisschen die blöcke zu verbessern dass die blöcke beziehungsweise dass die stein blöcke da oben nicht einfach so unterfallen obwohl ich wollte oder obwohl ich es nicht möchte lieben würde ich genau alles gut kein problem oder ich werde einfach ohne cut gut ich habe gedacht ich war ohne cut dass euch nicht so langweilig okay deswegen kommt halb cut halb cut also ich mache es halt einfaches halb und halb ohne euch genau gut schön schön das genau komm los geht es los geht es mache ich dieses level so ein bravo bravo level okay wenn es geht dankeschön und den rest machen wir beim nächsten mal okay vielen dank nein spaß den rest machen wir alleine bis gleich hier niemals aber ihr könnt mir gerne schreiben ob ihr die musik gut fühlt von dieser baumusik also von der musiker die es halt so gibt hier okay naja alles gut kann wohl kein problem lieben kann vor allem leben ja das sieht ja ich mag schlauze aus dass wir das leben passen wenn ich halt einmal nur laufen würde würde ich auf ihm auch schaffen ohne da die stein bürger unterfallen zu lassen ok speichern eben mal dass ich damit auch zufrieden bin speichern und jetzt können wir es auch zocken von vorne also bis gleich schweine bis gleich alles gut ist doch nur spaß der wiese aber auch lieben alles gut zu den neuen gibt es für durch es hätte ich noch mal mit der schirmstehe auch wenn die kamera nicht mal wieder legt eigentlich was auch denn die kamera auch leben würde ja dankeschön das auch einmal wieder aufladen kann nicht man ja aufladen lauf lauf laden müssen wir wieder am arsch unten am stadt aufzuladen dankeschön dass du wieder am lauf laden mit einem aufladen wird man nicht alles gut ihr lieben alles gut kein problem ich mache auch nur spaß alles gut kein problem los geht's komm hast du kein problem guck mal gut gemacht cool gemacht cool los geht's weiter geht's ihr lieben weiter geht's genau setz dich leider scheiß wer will you und weiter laufen und jetzt hier siehst du das mal ein halber die da was geht's kommt genau die meisten nämlich hier ok auch mensch ok bis gleich alles gut lieben sind wir fertig jetzt kommt jetzt macht sie wieder okay macht aus şurbs gewesen geht dennoch auf cool machen dann passiert aha nix passiert up nicht wer wird trotz aber scheiße ich wäre sehr schuld hat auch gebaut am end zumindest hat es zumindest gebaut allein heute kommen habt ihr euch wie klar ist euch hallo verreckt ich leine ich weine mensch ich weine ich leih mir dankeschön kommt auf lauf 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 ach mensch okay gut an nicht nach gott schade lauf los lauf so so war einfach alle aber kleben stücke einfach alle müssen ich will durch dankeschön vielen dank ich traue mich natürlich nicht aber es ist ja schön cool gemacht also dass er über das klappt mit dem euch anschauen im video ok komm los geht's mach ich mache gute laune habe gute laune aber gute launen haben es geht viel dank war ich hatte euch ihr doofen wie ich dafür nicht wahr sein ich bin auch untertrunken und los geht's lauf unser leben sehr cool lauf unser leben du schweinchen ja gut er hat nicht die drecks motorrad habe ich abgelennt dieser schalte mufa da dieser doofe auto mufa ach komm schnauze einfach okay wow okay halt nicht komm jetzt schaffst du es noch nicht aber gleich echt ein extrem schweres level mein level schwer das darf nicht wahr sein jetzt lauf überleben genau so möchte ich genau so genau so genau so wie ich haben genau so genau und jetzt muss ich da hochlaufen ja gut ich muss von da aus dahin laufen das ist das wichtigste das ich nicht machen soll weil ja gut ja gut ich muss alles genau ja gut ich bin ein bisschen doof gewesen kein problem ist alles gute lieben dann machen wir nichts das aufkommt dann haben wir nichts das hier auf ok wenigstens das warum hast du nicht wenigstens warum hast du nicht wenigstens die box darauf diese frage sein box sache da das wäre wenigstens eine kleine hilfe die du mir du wirklich dankeschön ja die du halt mir so helfen könnte diese idee da ok jetzt kann ich machen jetzt einfach genau los geht's von da aus halt jetzt genau los geht rennen um mein leben rennen um mein leben bitte oh mein gott er ist also sehr will das ist ja etwa ja was hast du hier bitteschön hä hilfe hilfe was zum geuer was zum geuer was zum geuer was zum geuer hä oh mein gott oh mein gott alter ey das war das beste was ich hatte alter ernsthaft jetzt ernsthaft jetzt beste level ever die idee was habe ich gerade gemacht bitte schön wie habe ich das gemacht gerade hey asozial aber ich hab's geil gemacht ok ich muss jetzt den bauer jungen überziehen den ich hier platziert habe danach habe ich geschafft dass der ok das glaube genau die kind und wohl wohl die typen trinker da sind trinker der immer nur wolf schläft ist ja auch sehr gerne trägt aber was zu teuer mein spaß eigentlich nicht ist spaß lauf macht ein scheiß dankeschön du möchte du bitte mach einfach und sagen vielen dank so glaubt du ist mal frei wie ich möchte vielen dank ja komm mal lauf ist lauf lauf überleben genau sehr gut hier hoch lauf genau das war nicht meine idee die man hier so einfach und konnten dann kann man im hier genau und dann kann man verarscht werden ok los geht's kommt es aber kein verarscht bringt keinen verspricht hier los geht's er macht doch mehr ich mach doch nun kommen genau sex egal die nicht kommen ist egal hat er halt nicht kommen eigentlich war ich nur diesen pro purpose geben aber da halt nicht okay trotzdem vielen dank für deine nicht hilfe doch ganz schön trotzdem so was passiert diesen golem diesen golem diesen ehelosen ehrlich wenn es geht dankeschön oh du asozialer typ wer auch wieder ein scheiß drecklichen das also sei die dator war der juni du kommentiert okay genau als den nehmen und dann so schnell wie es geht zum bauter genau das genau so schnell wie es geht zum bauter geht zum bauter ach komm nicht der rein bleiben mensch gern sagt immer das ist nicht immer das sitzen du bist du das darf nicht wahr sein das ist voll verarscht wirklich jetzt ja also wirklich jetzt voll die verarscht aber okay nein immer du fieslinge nicht schon wieder was soll es denn eigentlich hör auf damit ich werde immer nur verarscht habe ich das gefühl oder ja wirklich jetzt unverschämtheit komm raus mit dir du müllstück mensch und bleib nicht immer stehen so gepackt wie du bist du backbitch komm jetzt raus brauche ich raus aus ey sehr lustig aber egal komm mach ich jetzt einfach fertig diesen dreckigen bauter junior ja der nervt schon die ganze zeit hier dieser schuladen bastard dieser klumpen plastik du astig ja jetzt mit der scheiße hier und gewinn jetzt diesen schlüssel hier du bist ein erdloser was mach ich eben schön und wer die schlampe naja kein problem ist alles gut ihr lieben aber was mache ich den scheiß dankeschön für gar dankeschön für janik hab ich gesagt naut zur maut zur schnauz naja was ist hier los was ist hier los ja lustig aber egal komm jetzt einfach her ok ach doch du lach doch um die um die herrschaft los geht's pass aus nicht einfach ruhig jetzt einfach ruhig sein und einfach ich will okay vielen dank lustig aber egal umg wie jetzt gemacht habe war ja auch nicht aber ich habe immer gut gemacht auf jeden fall das ist einfach ja okay los der bega behalte meine frage jetzt treibend mit dir jetzt meine karte eine gute immer die gleiche mit dir umg nein du hast doch gar sein warum hast du so scheiße komm herr komm herr jetzt halt nicht alles klar mein wegen ja mein wegen ja warum ist das nicht moment gelassen ich mache jetzt mache jetzt mache jetzt fertig okay ja nicht raus komm es her okay komm es einfach ja komm es her felix komm es ja war klar das darf doch nicht wahr sein bist du demnium wirklich mensch mensch alles gute dem eisenordnung ist alles auto lieben ich muss nur wissen wie es machen soll rennen springen hoch bringen bilder drücken drehsprung ok alles klar was geht's das war aber da hat aber erzählt oder ja gut genau kommen los geht's also ein hat geht aber auch kommen halt nicht normal unfair wirklich jetzt unfair bringen kommt ja gut aber wir machen die schweiz ja nicht die mache ich den scheiß jungen ich bin das hat ungefähr schon eine halbe und ich bin seit der schule schon unterwegs war schon ein junger umg hat geschafft oh mein gott hat geschafft um die ich habe geschafft alter fünf jahre her geschafft nein fall herum herum falsche richtung nein nicht mehr zeit bin ich jetzt die steuerung ich habe schon ungefähr okay ja ja mach halt aber ich werde ich will den pilz haben diesen pilz ach komm dann halt nicht dann halt nicht der möchte sie geben okay dann halt nicht los gehen sie lieben ich freue mich drauf auf diesen park hier ist genau auf diesen abschluss genau genau dann lös mal ciao